so desert skies habe ich vom entwickler bekommen thank you for the game key on white rabbit games for the game presentation und jetzt wollen wir uns das mal angucken in settings ist eigentlich nichts drin da fehlt es irgendwie auch so ein bisschen aber darum soll es uns gar nicht gehen wir spielen save reset ok gab wohl mal ein wipe nehmen wir neu geben live test exploration mode normal mode what the heck schreibt doch in deutsch dann verstehe ich da auch was also keine ahnung ich weiß nicht mehr wie ich klicken soll ok es tut sich das programm antwortet nicht wir warten ok es tut sich was ein nugget press any key to continue ok mal gucken hier damit mit dem mausrat scrolle ich unten durch mit v keine außenansicht wir gucken wir doch mal die key wenig vorwärts rückwärts links rechts springen crown jump was ins fremde inventar gucken wie kurze meins ok wo keine außenkamera bullet mode t und r ok ich hoffe das spiel führt mich daran ok kein außenmoot ok wo bin ich was mache ich wer bist du ich hab nix ich wegen box okay ich bin jetzt schon am schnaufen geht nix ok ich glaube das ist so ein lootgerät ding auf kaum hp kaum war zu futtern mega durst ok was bist du einfach davor stehen und tab drücken praktisch nix e2 turn on da kann ich das feuer einschmeißen ist okay das auch nix tolle wurst kollege kein bock dass man so geht wie dir damit habe ich den hammer wie kriege ich jetzt den hammer na gut ich hab was bist du ich habe die buchse das war eine große trockene bohnen ok soll die mücke machen keine coole gegend wird vertrocknet ich habe die musik ausgeschaltet vielleicht sollte ich da doch noch mal ran gehen ja ok musik option aber keine musik gut was was soll ich da drücken b guck mal hier kann ich sachen basteln 1 2 3 noch 1 1 ok habe ich nix wenn nicht bin wieder weg volle wurst hm vielleicht doch mal den baum angucken was ist da dann so jetzt kann ich hier sagen 3 2 ist leer 1 hm hm wie komme ich da wieder weg hallo ah das geht mit der maus brauche ich holz für dafür brauche ich aber irgendwas um das abzubauen so ne quarki geh weg so escape escape hilft immer ok ich habe kein fuel und kein boner ja läuft da steht doch was ne hm ah ich kann mit der rechten maus das reinzoomen ok aber ich habe kein backpack ih der stinkt ja der hat es nicht mehr geschafft hey pick up hey ich habe eine wasserflasche und direkt leer gesoffen nehme ich mit schau mal hier liegt noch mehr zack zack oh da ist nichts mehr hm da habe ich ein paar nägel ah interessant den kann ich nicht haben den holster ist leer noch nicht noch nicht ja was mache ich denn jetzt woher noch mehr oh ha stecken bla nehme ich mit ne fette box achso wo läuft der hase aha 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 ah tab ist auch mein inventar und das fremdinventar jetzt habe ich ein bisschen holz und kann durchstarten oder wie läuft das das sieht nicht so aus als ob das sinn macht hier durch die gegend zu rennen trotzdem mal ich würde ihn ja hier gerne abklöppeln aber der brennt da bestimmt ich glaube nicht dass ich mich so anstrengen sollte keine gute idee ja ok röner 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 ok alle alle ähm hm 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 f to edward f to lord und wie starte ich das mörchen hopp hopp war das ein knopf da fällt mir noch runter egal röner die h ha hier liegen irgendwelche überlebensinger nach rum ja Was machen? Ich hab was übersehen. Ah, mit E kann ich da direkt. Okay. Okay, habe ich jetzt alles? Mehr gibt es hier nicht. Nix da, aber ich übersehe trotzdem. E to collect? Okay. Pfui. Nein, nix. Hm, wir schauen mal. Hups. I feel I have missed something? Ja, okay. Da guckst du, da krieg ich noch Hilfen. Nehme ich natürlich mit. Das Spiel nimmt dann schon ein bisschen an die Hand. Wollen wir erst mal wissen, was alles collectible ist. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Wird bestimmt hier so ein Ding bauen. Könnte ich doch verwenden. Ironing, Gott. Ich hab keine Eisenwehr-Dinger da. Geh weg. Lass mich fliegen. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Nicht fallen. Also, ich kann nix steuern. Das macht alles der Wind. Interessant. Wenn wir steuern auf und ab zu steigen. Oh, aber drüber, wo laufen kann ich. Guck mal, geht besser als in anderen Spielen. Bloß nicht plumpsen. Das sieht nicht interessant aus. Wir fliegen schnell weiter. Lass uns mal nochmal in die Settings gehen. Hm. Keine Städte, nix. Rappeltrocken hier alles. Da ist ein Berg. Flieg mal drum herum. Hallo. Hm. Oh. Wenn es mal keinen Crash gibt. Ja, hoch. Das sieht gut aus. Wir wollen hier ne Landung machen. Oh, 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 oh. Ob das so schlau war? Geht nicht mehr an. Okay. Okay. Sanft gelandet. Meine Tasche aus. Ach, da ist noch Platz. Juhu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah. Jetzt nichts und jetzt gar nichts. Okay, ich verstehe. Oh, 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 oh. das ist nix klar wir nehmen alles mit was wir kriegen können planwagen leer ein donnerbalken ein donnerbalken geht auf will ich das wissen nein und man hier will die schießerei hallo hier habe keine taschenfunzel oder gott doch das stift ihr könnt ihr zwei was ich hab's nicht gemacht egal was es war bei den kompanie ok was für eine trading kompanie komm mach mal aus hier da ja praktisch aber hier versuchen wir mal da ich weiß dass du durch das kollega aber wie aktiviere ich das jetzt also doch ich hab noch nichts zu schlürfen die ist ja schick die würde ich gern mitnehmen geht nicht würde sich auf meinem hightech luftschiff auf jeden fall gut machen bei ich weiß nicht das war bestimmt jemand anders hier was bist du denn für ein horchi gehst du ja nie ist klar das war's randifunzel wo ist der denn jetzt ok die animation naja aber warum ha warum ist hier nicht rein was soll ich denn machen auch nichts zu essen ja versucht doch schon nix von touristen es war ein langes intermezzo was für und ne ne ah der hat 16 prozent ich brauche also bei dem moped Ironmine. Ah. Okay, da brauche ich aber irgendwas für. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich davon halten soll. Also diese Angriffsanimation gerade war so mehr als durftig. Ich sehe doch nichts. Es ist alles duscht da. Was ist das hier für? Ja, jetzt habe ich wieder duscht. War klar. Wo bin ich jetzt gerade auch weggeschnipselt? Hopps, hopps, hopps. Jo. Ein Grab, auch gut. Machen wir die Fackel hier runter. Use for crafting. Use for crafting. So, welch ist der Sarg? Ich war das nicht. Ich bin so zu Suppen her. Du hast nochmal den Grabstein hier weg. Ausgegraben. Ach, der Tür schießt. So kommt da noch jemand rein. Thank you for the playing. Ah, Desert Sky ist 20. Nein, das ist vorbei. 1,20, 1,20. Aber es passt schon. Nur ein wenig zu spät dran. Roop. Hier war oder ist irgendwas. Mitnehmen. Hockenkohle. Kann ich hier hier auch einfach so rein schlavenseln. Make on the light. Oh, nein. Wir wollen nicht reingucken, haben wir gesagt. Nein. Kein Seven Days. Na klar, eine Latte. Mit. Nochmal ein Seilchen. Leo, man. Whisky. Trocken. Ausgespielt. Mach mal zu da. Sonst kommt da noch wer rein. Klingelingeling. Klingeling. Okay. Gerade spielen können andere. Mach mal an da. Okay. Ja. Na? Bin in der Kneipe und nichts zu saufen am Start. Wahnsinn. Geh mal an. Ring, ring. Geh die Steakasse. Gib mal Geld. Okay. Hm. Nö. My candle in the wind. Ganz schön durch, das Ganze hier. Aua. Aha, aha. Danke, 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 danke. Ich nehm alles mit. Uah, kannst du gar nicht Fenster gucken. Nicht selbstverständlich. Nehm ich, nehm ich. Mach mal zu. Das ist ja hier wie im Stapelverein. Glue. Na, tate. What the skin. Jo, gib mal ja. Eh schon wieder Brand. Der, der hat ihn mitgefressen, ne? Oh jo, hat ihn einfach mitgefressen. Okay. Kein Kommentar. Ne, der gehen wir gleich mal hoch. Guck mal da an. Bisschen Licht. Okay. Aber nicht schon Geld spielen, ne? Glücksspiel ist verboten. Hm. Aha. Hm. Ein Collective. Und jetzt? Ups. Dann laufe wir wieder um. Tim, 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 tim. Ja, aber jetzt wie... Hm? Hm. Kein Wasser. Wom sollte man denn hier hochlatschen? Wollen? Okay, für den Überblick. Donnerbalken, Donnerbalken. Waren wir drin? Waren wir drin? Money, 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 money. Bank, bank, bank. Ich weiß nicht, ob wir mit money anfangen können, aber... Oink, oink. I staving. Ja, du hast Hunger. Ja, was soll ich machen? Kollege, hast ja mal angeguckt, wo wir sind. Trading Post. Mach auf. Na, da machen wir ein Kuppler-Tunger. Äh, ja, das war wohl nix. Keine Ahnung, was die hier verkauft haben. Wahrscheinlich Staub. Körnerweise. Okay, und ein Seil. Hm. Bin ich sicher mit meiner Fackel? Die gebe ich nicht mehr her. Brauche ich ja jetzt nicht mehr, oder? Kann ich mich nicht mehr wegstecken. Warte. Da? Na doch, jetzt. Ballon waren wir. Oh, beim Knast können wir auch nochmal reingucken. Wir haben... Oh, Alkohol, Alkohol. Azebu. Mach zu, das Loch. Ich hab Hunger. Ich muss was essen. Hier, greift dir die mal rein. Die haut aber gut rein. Okay. Das war die Bank. Für ne Bank sehr... Ja. Geldlos. So, mal gucken, wenn sie in der Kiste vergessen haben. Irgendeine bequeme Betten. Ach, die haben am Boden gepennt. Okay. Oh, Boden. Ich hab die Maschine an. Ich glaube, noch mal wohnen. Das ist gut. Da waren wir. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir dünkt, wir hätten was verjessen. Noch einer, wo unser Fluggerät stand. Kann man gucken, ob er dann... Ah. Gut. Viel los ist nicht. Also... Ach, leer. Der Bollerwagen ist leer. Ich würde die Büsche ja hier abfarmen, um... die zu verheizen. Knock, knock. Also auf der Suche nach dem Wasser ist schon, ne? Gehen wir mal Bult? Ne, geht nicht. Kann ich hier bulten? Hier kann ich. Mach mal da so... Plattform groß. Iron Ingold. Ja, wo soll ich den jetzt hernehmen? Kann ich zaubern? Machen wir. Moment. Right Mouse Button. Okay. Ne, das war wohl nix. Look for the... Come to mine. Verstehe ich nicht. So. Nein. B. Gib mir den Hammer. Ja, das ist zum Abreißen. Bist du verrückt. Mach weg. Geh weg. Ne, ne, ne. B. Ja, wo kriegt der denn jetzt Iron? Ja, verdammt mich. Aber der Iron Ingold. Ressourcen growing. Ressourcen storage. Hey, das kann ich. Gute Nails. Search for water. Ja, das hört sich interessant an. Oh, das ist eher so ein Viehtrog. Geil. Platsch. Den genagelt. Navigate. Oh, ich kann dann steuern. Klar. Nagel weiter dran. Zack. Aha, aha, aha. Hm. Rafting. Items storage. Ressourcen growing. Das bist du. Also, nur nischt. Ja, Windrichtung. More resource and bowl. Resource and bucket. Resource and... Ingolds. Ja, hier. Nageln wir auch noch da drauf. Sieht aus wie eine Waschrinne. Items storage. Ne, das können wir uns nicht leisten. Wir sind pleite. Okay. Dann mach fertig. Nochmal weiterreisen. Äh. Weit vor Ende. Okay. 31% dann. Juckeln wir mal weiter. Oder jetzt so ein Steuerautomaten. Wind of engine. Off. 0% gechanged. Ja, dann mach mal voll die Batterie. Hm. Ja. Ah, ich muss die Batterie erst mal ankurbeln. Ja. Yolo. Ah. Jo. Einmal Landung. Hm. Anseln ist butterweich. Was? Wie? Was ist das für ein komisches Wurmlicht? Ich war das nicht. Ich hab Hunger. Warte mal. Hier, Bohnen. Ah, die kann ich mitnehmen. Jetzt ein Alkohol reinballern sollte. Nicht so gut, ne? Ich hab dann einfach die Fackel vor die Rübe. Dann geht das wieder. Wie schneller ich laufe, wie schneller blinkt das, oder was? Jupp. Hm. Ah, jetzt diese komische Würmchen da von vorhin. Aber ich hab Durst. Ich muss mich beeilen. Death Tree. Equip Axt. Ja, ich hab keine Axt. Wann kann ich hier craften? Sag mal, da steht da was. Left Click to Transfer. Tap to su. Äh, toll. Vielleicht irgendwas? Destroy here. Mach mal. Hm. Ne. Gut, wir haben noch keine Axt. Wo ist denn da, ist unser Moped. Langsam düngt mir was. Kohle Biene. Look for all Sam to mine. Ah ja, während des Laufens. Ich war nie hier. Shit, 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 shit. Da hatte der Moped. Los. Cool stuff. Hau rein. Wir sind weg. Tschüss, du Sack. Ja, deine Chance vertan. Bye, bye. Mach an die Karre. Gib Gas. Und jetzt nach... Nach Right. Äh, F. Da will ich... Nein, das war falsch. Okay, okay. Da rüber. Für Zeit. Wir dröhnen uns den Alkohol. Geht nicht. Ja und nun? Seid mal wieder gerade. Ich... Ich hab doch nichts. Ich hab's gerallt. Use. Alles for craftings. Lande mal, bevor mir das Moped hier abhanden kommt. Irgendwo im Nirgendwo. Shit. Die Bohnen machen auch nicht gut. Ne? Hier, Kollege. Zack. Ja, ich weiß. Ich hab's gereilt. 8%. 8%. Adwood, F2, Cole. Ah. Ja. Ich kann's nicht ändern. Dann fliegen wir weiter. Schmeiß die Maschine da an. Den Koblomaten. Jetzt zackig. Ja, ja, ich weiß. U, A, U, A. Aber den Sprit kann ich auch nicht saufen. Hm. Hm. 33%. Hm. Was machen, was machen? Versuch mal was. Äh. Ach. Hinten grüner Strahl. Vielleicht kommen wir da hin. Gib mit da wat. Jolo-Mat ist leer. Ja. Uh. Waren. Wochen. Waren. War. sein. An. nicht gegen den berg fliegen nein du bist dafür verantwortlich hallo klappt jetzt machst du wieder und wieder andersrum und aus bubble head activation okay sanfte landung sanft aber zu suppen also erstmal durchjoggen jetzt stell dich doch mal nicht so an hier du willst ja nicht leko mio ist oft alles leer kann ich die flaschen füllen mal voll intent equip canteen bucket to collect water was das ganze ding leer gesoffen füllen nix und wieder nix hier riecht es dort equip schaubel zu sammeln brauche ich denn crafting so für mich gecraftet ich brauche bestimmt einen crafting tisch ne erstmal hier universal fackel okay der sieht ziemlich mit eingenommen aus der kollege duschen würde ja auch nicht schaden kohle 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 fischken alles klar sieht schon besser aus hier ich habe ein bucket ich habe ein bucket wo war der brunn was flimmert denn hier schon wieder war das nicht hätte ich nicht eto drink equip könnten ab in the dash ich habe doch garantiert nix über nein 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 wo ist die tür 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 hau ab du kriege ich will zuhaun nee da guck boah ok 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 now owen throw me so ah oh jetzt ist der ist der eimer hier wieder leer okay ok ja also hab das wasser verkackt wie fies da drin was zu verstecken keiner da gehen sie weiter wir haben geschlossen sumpfbacke auch komischer komet klopf klopf ja je du ma wirklich habt ihr damit getriggert sie wohl ausharren ist hätte ich doch nur ruhig gehalten hm Klumpf, du. Alles Kokolores. Happy New Year, die Zeit ist doch vorbei. Ist da wieder Wasser drin? Habe ich versemmelt, die Karre? Ach so, daher kommt die Mucke. Äh, die Schrift. Collectible. Oh, schöne Sachen. Die das Leben schöner machen. Klar kommst du mit, das ist noch einer. Hat er? Salzstreuer oder sowas. Hier unten noch was für die Binde. Die Bombe reinlocken und dann Fackel draufschmeißen und dann YOLO. Heiho. Hm. Kann doch nicht zuschlagen mit der Fackel oder sowas. Oh, das sah mächtig aus, was auch immer das war. Okay. Okay. Sag mal, da ist wieder eine Latte. Seil. Hupf mal drauf auf die Karre. Habe ich schon geplündert. Den noch nicht. Mitnehmen. Boom. Wer? Da waren wir drin. Nein. Gehen Sie weiter. Wir haben geschlossen. Gehen Sie weiter. Wir sollen weitergehen. Wir haben two. Kaufen heute nichts mehr. Möchte ich gucken, was wir so alles haben. Leather. Use for growing plant. Sonst haben wir nicht eigentlich mehr gesammelt als das Bissl. For crafting water oder for crafting. Equip. Fill up. Oh, toll. Habe ich verkackt. Die Nummer hätte ich nicht wegstecken dürfen. Hätte ich meinen Waterdruck schieben geschissen sollen. Steht da. Gehen Sie weiter. Diese aufdringlichen Kunden, die nicht verstehen wollen, hat nichts vor. Oh, Bill. A fetish and dangerous. Get too close. Oh, ich find's los. Hier, hier mit nichts zu gucken. Gehen Sie weiter. Oh, lol. Durch die Wand, du Sack. Ja, das war ja klar. Das war jetzt nicht schön. Ich seh ja nimmer, wo das war. Eine tolle Fackel ist weg. Aha, da blinkt die Wurm, der Wurm nimmer. Okay, die werden also wohl durch. Sobald getriggert. Ich gammel nicht rum, ich hab'n ordentlichen Grabstein. So, fetish. Ich muss mir jetzt so'n Crafting-Gerät bauen. Wenn ich überhaupt was bauen kann, ich brauch'ne Axt oder sowas. Ist das Wasser-Ding da wieder voll? Shit. Er ist weggesoffen. Okay. Waterdruck-Empty. Okay, wir haben hier Bullet. Und dann bauen wir uns hier so'ne Ressourcen, Dienster, Other. Ah, nö. So, vielleicht. Hier so'ne Crafting-Bank. So, leider nicht irgendwas, was man die drehen kann. Hier, klopf mal rauf. So, und jetzt? Oh ja, ist ja wieder Schule. Äh, da fehlt mir ein Wood für. Da fehlt mir auch ein Wood für. Da fehlt mir auch ein Wood für. Ja, sowas habe ich. Was bist du? Eine Kanteen. Da fehlt mir Eisen Ingalls für. Glas-Buttles habe ich, danke. Wand-Wheel. Okay. Müssen wir erstmal hier größer bauen, ne? Ist ein bisschen klein. So, das geht auch nicht. Oh, ganz schöne Probleme hier, ne? Bist du denn nur Ressourcen growing? Ach so growing, wachsen. Ja, okay. Hier, Feuerli. Ja, ist auch nicht drin. Und, nö. Ja, immerhin haben wir so'ne Werchbank. Mal weiter flattern, hm? Ich komme gar nicht mehr an meinem Motorgerät. Ja, und jetzt? Ähm. Ja, müssen wir später gucken. So, was kann ich da machen? Add to coal. Jo, rein damit. Boah. Bona ist gut voll. Hm. Hm. Wie komme ich denn jetzt? Wenn ich jetzt hier runter verfliege, fängt das Ding ohne mich weiter weg. Shit. Mach an. Da ist noch ein bisschen Saft drauf. Und dann mach mal rechts. Nee, G. Ich kann den schon mal Anken kurbeln, ne? So. Hm. Genau, da rüber will ich. Da ist was. Weiß nicht was, aber da ist was. Okay, reicht mir. Jetzt gibt's DAF. Nee, DAF. Mach Power. Boah. Du leuchte weg. Hier, gegen gegen gegen. Gegen den kann ich was machen hier. Ich hab ein paar Bohnen. Hm. Oh Gott, da ist ja kein Dörfle. Der Wackeldackelder ist auch geil. Wackeldackelder ist auch geil. Was mach ich denn jetzt? Erstmal wieder das Ungrad antreiben. Hm. Sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier was krieg. Brauchte ich? Gut. Ich hab natürlich alles verheizt, ne? Nicht so geil. Wie viel Saft ist da noch auf der Karre? Immer so Fälle, wa? Ja, 49. Die Würmchen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Äh, eh. Okay. Jetzt mach's. Wie die Gonzales. Wie vorhin. Äh, danke für dein Follow. Willkommen im Stream. Du willst einen Drink? Ja. Ich weiß nicht wie. Hm. Ähm. Ein bisschen in die andere Richtung. So. So. Und jetzt. So. Junge, jetzt gibt's aber Knallgas hier. Stopp. So. Ich bin ja nicht bei der Rallye. Hm. Nein? Okay. Wieder kein Dorf. Ich brauch nur ein bisschen Holz. Sodammisch. Jetzt hat er aber hier. Uff. Gibt's ne mehr? Ja. The Blacksmith ist. Okay. Der sprit ist nicht gut. Gut. Mal raus. Jetzt hab ich wieder Durst. Und kein Wasser weit und breit. Hm. Was machen? Hätte ich den einmal nicht verschüttet. Vielleicht hätten wir jetzt Wasser da im Trog. Sieht zwar aus wie eine Goldwaschbrinne, aber gut. Hallo? Was wenn der platzt? Hat was. Das Spiel. Aber auch durch. Hm. Ja, jetzt geht das schon wieder los. So ein Jodel-Cop, du. Was soll ich denn machen? Schwung gerade wieder hier. Eintreiben. Reut. Reut. 18%. Vielleicht geht uns auch noch der Treibstoff aus. Dann ist es vorbei. Okay. Ich glaub zu heulen. Hm. Naja. Sieht zwar blind, aber gut. Das muss man sich nochmal angucken, auf jeden Fall. Man hat das Gefühl, man hat die Kontrolle, aber man wird doch immer wieder zu diesen Funken getrieben. Das ist gut. Das sieht nicht so aus, als ob ich hier was gebrauchen könnte. Gebt mir ein Dorf. Gebt mir ein Dorf. Boing. Okay. Klumps. Gut, kann ich ein bisschen besser was sehen. Wo bin ich denn echt? Habe ich echt blöd gebaut. Ehrlich. Wie kann man etwas so bauen? Olli, Olli, Olli. Wie oben fliegen wir denn jetzt? Hä? Fliegen wir jetzt rückwärts? Da sind wir die ganze Zeit schon so rum geflogen. Ich bin bei der Meinung, wir sind so rum geflogen. Ja, das war's. Sprit ist leck. Ja, das war's. Sprit ist leck. Ähm. 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 Ach, da kann ich meinen Alkohol reintun. So. I'm walking. Das schaffe ich doch nie. Ähm. 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 Ich muss mal extra viel Verlaber. Dumme Wurm. mich frisst hat das macht heilung okay kackwurm 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 okay das stamina mehr okay hast gewonnen ziemlich gut interessant auf jeden fall ich lebe hier noch schreiben kleister weg hier aber die heiligen gar keine so dumme idee aber gut der futter zu viel boden kann man gar nicht finden doch du kommst du schon wieder du und ich denn schon wieder raus gelassen nein vielleicht jetzt wissen ob man das zu fuß erreicht mein wassereimer dabei also brennstoff haushalt ist wichtig ist ja bestimmt irgendwas abreißen können ich war nie hier zurück zu meinem fluggerät kann ich dir nicht einfach einen stein vom kopf kloppen ernsthaft Was ist denn so von dem Spiel? Sehr gewöhnungsbedürftig. Aber nicht unbedingt schlecht. Ich kann mir vor Schluss machen, will ich noch wissen, ob das Abwracken Einzelteile was bringt. Ach du schlumpfemomaten. So. Jetzt sehe ich meinen Muppet, Anna. Ah. Ah. Okay. Ah. Ich kann ihm nicht die Fackeln um die Ohren hauen, das ist schade, da kommt er wieder angeschöppert der Bilbo Beutel in der jetzt an zu weinen oder was ist hier los? Which is er? Ok, dann reiß ich mal die Werkbank ab. Wir scheppern weiter. Also mit dem Abreißen bringt's, weiß nicht was ist mit dem Alkohol, kann ich da kein Alkohol reintopfen? So, warum fliegt der, jetzt fliegt der wieder so und weiß der überhaupt was der will? Naja, ich denke für so ein reingeguckt ist ganz gut, passt, hab man sich mal vernünftig angeschaut, das bietet bestimmt noch deutlich mehr, aber ich muss sagen, aktuell packt's mich nicht, muss ich mal gucken, vielleicht ist das so für mich in Ruhe vielleicht mal was. Jetzt sehen wir das Spiel nochmal wieder, aber könnt ja schreiben, was ihr davon haltet. Aber irgendwie packt's mich aktuell nicht auch, vielleicht liegt's an der heutigen Laune oder so, aber es ist nicht schlecht, definitiv nicht. nicht. Das ist, äh, vor allen Dingen interessante Mechaniken, aber ist halt anders, ne? Ja, das ist das so, es spricht nicht an, ist so, hm, ist nicht schlecht, das stimmt, aber das war's dann auch. Jo. Dann machen wir das, ne? Äh, zack. Ja. Ja.